Unser heutiger Tripp-Tipp findet im Killerton-Haus statt. Das Killerton-Haus gehört zur National Trust. Wer denkt, es ist nur ein altes, stinkiges Museum, der irrt sich. Man kann hier Bücher und andere Sachen anfassen und gestöbern. Und für Kinder gibt es auch kleine Mäuschen zum Suchen und Zählen. Rose, es ist Tee-Time. Bring mir den Tee, please. Killerton ist ein Anwesen mit einem Landhaus aus dem 18. Jahrhundert. Es liegt in der Nähe von Exeter in Devon. Familien sind herzlich willkommen und können zum Beispiel im Park picknicken, im Restaurant etwas essen oder im Anwesen auf Mäusejagd gehen. In jedem Raum ist eine kleine Mausversteck, die man suchen kann. Oder man leiht sich in der Bibliothek ein Buch aus. Oder spielt im Park oder im Wald. Das war unser heutiger Tripp-Tipp vom Killerton-Haus. Wir geben dem Killerton-Haus einen Daumen nach oben. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns bitte auch noch einen Daumen nach oben. Vergesst uns nicht zu abonnieren und dann kriegt ihr ein Dankeschön. Vielen Dank.